50 Seiten ist sie dick, die Untersuchung zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum Freiburg. Durchgeführt hat sie die Freiburger Strafrechtsexpertin Angelika Mosella. Seit Anfang 2011 ist sie die externe Beauftragte des Erzbistums zur Prüfung von Missbrauchsvorwürfen. Sie hat alle Fälle von 1942 bis Ende Mai 2013 untersucht. Das Ausmaß dieser sogenannten Missbrauchswelle, die 2010 aufkam und sich doch bis 2013 hingezogen hat, dann so abgeebbt ist, ist ungleich größer, wie ich mir das je hätte vorstellen können. Und die Folgen für die Opfer sind ebenfalls unvorstellbar. Ich hätte nicht gedacht, dass die Opfer wirklich bis heute zum Teil, nach 30, 40 Jahren, noch so unter den Folgen leiden. 185 Fälle mit sexuellem Bezug sind in der Untersuchung aufgeführt. Ein Großteil betrifft die Zeit von 1960 bis 1990. Insgesamt 119 Beschuldigte oder Täter wurden registriert, doch das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Wir arbeiten ja auch mit gesellschaftlichen Fachleuten zusammen und überall wird davon gesprochen, dass die Dunkelziffer hoch ist. Und davon gehe ich auch aus. Frau Gosella und auch ich habe zum Teil eben Belege dafür, Aussagen, wo man ganz klar sieht, da gibt es weitere Betroffene. Aber wir haben nicht die Möglichkeit gefunden, die Spuren weiter zu verfolgen. Die Grundlage der Auswertung waren zahlreiche Gespräche mit Missbrauchsopfern und ein mehrseitiger Fragebogen. Carmen Bremer von der Beratungsstelle Wendepunkt hat täglich mit Opfern von sexuellem Missbrauch zu tun. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass den Betroffenen oft nicht geglaubt wird, wenn der Täter ein Priester war. Wir hatten Opfer hier, die sagten, doch, ich habe mich auch irgendwann getraut, mal wirklich meinen Eltern was davon zu erzählen. Und es kam zur Antwort, ein Pfarrer tut sowas nicht. Und das ist ja leider auch unsere Erfahrung gewesen in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, dass man bestimmten Menschen, die in besonderen Positionen, und das ist nun mal ein Pfarrer zweifelsohne, das nicht zutraut. Und man kann es nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Inzwischen hat das Erzbistum insgesamt 736.000 Euro an 130 Missbrauchsopfer ausgezahlt, in Anerkennung ihres Leids. Weitere 170.000 Euro wurden für Therapien übernommen. Die Vergangenheit ist aufgearbeitet, jetzt gilt es, weitere Missbrauchsfälle zu verhindern. Ich glaube, ganz wichtig ist die Prävention. Ganz wichtig. Aber überall, nicht nur in der Kirche, sondern überall, wo Machtstrukturen sind. Dazu zählen für mich zum Beispiel auch Sportverbände und Schulen, da muss man auch mal genauer hingucken. Und ganz wichtig und ganz zentral ist, dass sie den jungen Menschen Mut machen, sich auch die Dinge immer gefallen zu lassen, dass die lernen, Nein zu sagen. Die Auswertung aus Freiburg geht nun an ein bundesweites Forschungsprojekt zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Die Deutsche Bischofskonferenz hat es in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse werden 2017 erwartet.